Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video bei Mission Millionär und heute soll es gehen um drei Schlüsselfaktoren für mehr Erfolg im Leben, finanziellen Erfolg, aber grundsätzlich Erfolg, der nicht nur sozusagen mit finanziellen Mitteln zu bemessen ist grundsätzlich. Dazu aber mehr in diesem Video, wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Nach dem Intro geht es gleich weiter. Bis dann. Hallo, ich grüße dich. In diesem Video soll es gehen um drei Schlüsselfaktoren für finanziellen Erfolg und finanzielle Freiheit. Hierzu ganz kurz eine Geschichte. Ich bin aufgewachsen mit einem Nachbarn, der schon seit einiger Zeit verstorben ist. Damals, das war noch, mit denen sind wir quasi immer unterschiedlich, also meine Familie damals mit deren Familie und noch eine weitere Familie, noch eine weitere Familie. Wir sind immer so in Familiengruppen sozusagen. Also jedes Jahr haben wir unseren typischen Familienurlaub eben gemacht, so wie es der Deutsche eben großflächig macht oder jahrzehntelang zumindest gemacht hat. Und zwar war das über, ich glaube, einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg bis zum damaligen Balkankrieg, 88, 89 glaube ich war das, also quasi da, wo ich noch ein Kind war, sind wir immer nach Kroatien gefahren. Ja, jedes Jahr, alle Jahre, wieder nach vier, fünf, vier bis, also die ganzen Sommerferien eben nach Kroatien, ja, wo auch die ganzen Holländer sind und so weiter und so fort. Und dieser Nachbar war immer schon ein Angestellter, aber auch gleichzeitig Unternehmer, also der hat er immer sozusagen, der ist immer auch in beiden Welten herumgetanzt, ja. Und hatte immer schon sehr, war schon sehr erfinderisch, sehr unternehmerisch auch und hat eigentlich auch, ja, hatte auch sozusagen das gewisse Maß an Skrupellosigkeit. Ich weiß, das ist ein böses Wort, aber, ja, wäre vielleicht mal ein eigenes Video wert, das Thema Skrupellosigkeit, inwieweit du letztendlich sozusagen ein gewisses Maß an Durchschlagkraft benötigst, um dich überhaupt behaupten zu können in dieser Geschäftswelt, ja. Und der, der hat letztendlich für nichts Halt gemacht und hat letztendlich auch immer wieder mehr verdient, also ich glaube, zu wissen, dass er letztendlich immer so zwei bis dreimal mehr verdient hat, wie jetzt sozusagen mein Vater damals, ne. Und ich wollte natürlich schon in meinen jungen Jahren auch mal ein bisschen was von ihm lernen und er hat viele Sachen gemacht, er hat einen eigenen, der hat einen Weinhandel noch nebenbei gemacht, ja. Er hat schon in seinem festen Job immer, der hat damals auch für einen Autolieferer, Autozulieferer, ein Französischer, gearbeitet hier in Deutschland und er hat schon immer in seinem festen Job immer noch drei zusätzliche Jobs gehabt, ja. Also da war er irgendwie Abteilungsleiter von irgendwas, da war er gleichzeitig noch Betriebsrat von irgendwas und das und das und das, ja. Hat da schon gut verdient und dann hat er nebenbei immer noch einen Weinhandel gemacht und was weiß ich alles, ja. Er hatte immer zwei, drei Autos, hatte immer wesentlich mehr Geld wie meine Familie letztendlich, na, mehr oder weniger. Aber eine Sache, die sozusagen meiner Meinung nach eher nicht so ganz richtig gemacht hat und das war eben letztendlich, jetzt komme ich wieder zu den drei Schlüsselfaktoren für wahren Erfolg, ja. Für wirkliche finanzielle Freiheit, ja. Und die sind meiner Meinung nach, ja, Körper, Geist und Seele, ja. Jetzt könnte man fast meinen, das ist religiös, es kommt auch in vielen Religionen vor. Ich bin aber nicht besonders religiös, aber da ist schon irgendein Funken Wahrheit, in vielen Religionen ist natürlich auch ein Funken Wahrheit, sonst würden sie ja nicht so gut funktionieren, ja. Ja, und der hat natürlich mit seinem Köpfchen sehr viel angestellt und hat aber seinen Körper, ja, bei Seele möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, ja. Aber seinen Körper hat er grundsätzlich immer vernachlässigt, ja. Ja, und um die lange, long story short, um die lange Geschichte sehr kurz zu machen, das letzte Jahr, ja, bevor er in Rente hätte gehen können oder sollen oder dürfen, ja, hat er letztendlich fast ausschließlich im Krankenhaus verbracht. Und er hatte schon davor immer wieder, immer wieder Operationen und dies und das und jenes und, ja, so, er ist also sehr, sehr früh verstorben und leider und, ähm, ähm, und hat eigentlich schon, ähm, immer sehr viel Medikamente genommen und viele Operationen gehabt und alles Mögliche. Und, ähm, ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, dass letztendlich es nichts bringt, wenn du in deinem Leben halt einfach unternehmerische Qualitäten hast, ja, und, äh, sozusagen, äh, dich durchsetzen kannst, ja, ähm, aber letztendlich deinen Körper und Seele, also vom Kopf her alles richtig machst, sozusagen, Anführungsstriche, aber dein Körper und deine Seele letztendlich immer vernachlässigst, ja, dann wirst du unterm Strich, kommst du auch nicht weit, ne. Ja, bei Körper letztendlich, tja, da entscheidet sich einfach dann Mutter Natur, na, jetzt mach ich nicht mehr mit und dann bist du einfach tot, ja, und dann nützt dir dein ganzes, dein ganzer Reichtum auch nichts mehr. Und bei Seele, ähm, tja, also es soll, äh, es gibt Stimmen, die sagen, dass das Ganze miteinander zu tun hat, ja, also dass auch teilweise Leute schon gestorben sind aus, aus Gründen von Seelenschmerzen, ja, sozusagen, aber letztendlich, ähm, wirst du nie wirklich, äh, erfolgreich in diesem Sinne und glücklich und zufrieden, weil mein Kanal heißt ja auch Satisfaction, ja, und Freedom, also, wenn du nicht diese drei, also Körper, Geist und Seele, ja, in Einklang bringst, ja, Ja, also, es gibt so viel unzählige Beispiele aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, ja, aus, ähm, aus dem Internet, ja, Florian Homme und so weiter, das ist ja ganz öffentlich, ja, dass, das der Milliardär war zum Beispiel, ja, und, ähm, letztendlich, äh, dann auch nicht so richtig glücklich, obwohl das natürlich schon sehr, sehr hohes Level ist, ja, aber man, man sieht sich ja dann selber auch nicht in, ähm, sozusagen, ähm, da spielt wieder der Gewohnheitsfaktor mit rein, ne. Es gibt, es gibt bestimmt eine oder andere Milliardäre, die, die super unzufrieden oder unglücklich sogar sind, von ihrer Sichtweise her, tja, und an denen verdienen dann, äh, so, die diversen Coaches wie Tony Robbins und so weiter, verdienen dann einen Haufen Geld, weil sie natürlich dann entsprechend ein Vieh verlangen können, ne, ähm, obwohl die gar keinen Grund hätten, unglücklich zu sein, nur, ähm, die haben halt einfach nicht den Blickwinkel, ne, die sind in ihrer, in ihrer, in ihrer Box gefangen, ja, obwohl sie Milliardäre sind, ja. Naja, okay, long story short auf jeden Fall, äh, Körper, Geist und Seele, also wenn du halt eine von diesen Faktoren, ja, eine von diesen, ja, was soll ich sagen, ähm, Fähigkeiten oder wie auch immer, wenn du die halt komplett vernachlässigst, dann wird es halt wirklich schwierig mit, äh, erfolgreich sein oder in dem, im weitesten Sinne erfolgreich sein im Leben grundsätzlich. Und, ähm, man sieht es halt immer wieder, dass diejenigen, die teilweise, ähm, so finanziell oder vom Kopf her sehr erfolgreich sind, ja, sehr rational sind, auch, ähm, zumindest vordergründig und, äh, besondere Fähigkeiten haben, also meistens sind es auch sehr gute Mathematiker, ja, siehe Investmentpunk, siehe Florian Horne und so weiter, die halt einfach sehr hohe Tagessätze haben, sehr hohe Stundenlöhne, ja, ähm, die teilweise eine Million am Tag verdienen und so weiter. Aber halt, halt vom Kopf her extrem gut sind, ne, also da würde ich nie mithalten können, also nicht mal annähernd, nicht mal in tausend Jahren. Aber dann letztendlich im körperlich meistens Vernachlässigen, ja, und seelisch, ja, also sprich, äh, also quasi Liebe, Anerkennung und so weiter. Und, ähm, das meine ich mit seelisch, ne, also Familie und so weiter. Ja, okay, ähm, das sind sozusagen die drei Dinger, die man sich immer wieder mal ins Gedächtnis rufen sollte, müsste, könnte. Und, ähm, denn, ähm, man kommt relativ, wenn man also quasi sehr starke Ziele hat, was unglaublich wichtig ist, also in der heutigen Zeit, dass man halt einfach, ähm, sehr ambitiös ist, ja, weil die Zeiten werden nicht einfacher, ne, und, äh, ja, unsere, unsere soziale Marktwirtschaft sozusagen hat, allmählich ausgedient, ja, der Winner takes it all, ja, also wer da sozusagen immer noch die Hoffnung stirbt zuletzt Prinzip verfolgt, naja, die alten Zeiten, so wie es mal war bei uns mit nachem Nachkriegszeit, soziale Marktwirtschaft und so, ich glaube nicht, dass die jemals wieder so kommen wird, wie es mal war, ne, ähm, ich sehe gar nicht die Gründe oder die Möglichkeiten, das Potenzial dafür, ne, woher soll das kommen, ja, also, äh, also, äh, die neue Weltmacht wird China, ähm, und, äh, da wird's bestimmt nicht besser in Richtung soziale Marktwirtschaft, ja, ähm, ähm, die, äh, die, äh, die leben, die, die nehmen sich einfach das Beste von beiden Welten, ne, ne, die nehmen, die holen sich das Beste vom Kommunismus und das Beste vom Kapitalismus und, und, äh, vereinen das und dann haben die sozusagen einen diktatorischen Kapitalismus und, ähm, deswegen werden die an allen vorbeiziehen, ganz einfach und da hat soziale Marktwirtschaft nicht viel verloren, ja. Tja, ähm, da könnte man, also, allein für das Thema China könnte ich eine ganze Videoserie machen, also, was da alles so passiert, ne, also, da verschwinden Milliardäre sogar und so weiter, ne, also, das ist, ist auch völlig egal, ob du ein paar Milliarden hast, ne, wenn du einen Fehler machst, irgendwas Falsches sagst gegen die Regierung oder was weiß ich, dann bist du dort weg, ne, ähm, tja, also, ähm, long story short, ist es wichtig, dass wir vom Kopf her, dass wir uns fokussieren, dass wir sozusagen, und sozusagen, ähm, ja, gut aufstellen, ne, dass wir dann nicht auf der Strecke bleiben bei diesem globalen Wettbewerb, den wir da haben, finanzieller Art, also einfach mal so gemütlichen Jobball machen, ja, wo automatisch in die ganzen Sozialkassen eingezahlt wird, zweimal Urlaub im Jahr, so wie ich halt eben gerade beschrieben habe, nach Kroatien und so, und da wie meine Eltern noch quasi das hatten, und, ähm, dann rennt du irgendwann, ist alles sicher, und, äh, überhaupt ist alles sicher, sicher, ne, also, ähm, ja, und, ähm, alles geregelt, ne, sich so blind aufs System verlassen, auf dem Staat und all diese Sachen, also, ähm, das, äh, ich glaube, da werden sich so einige Dinge ändern, ja, und in Richtung, ähm, ähm, winner takes it all, hardcore Kapitalismus, ähm, Tja, dann wird es wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie ein Grundeinkommen geben, aber, ähm, Tja, wie hoch wird das sein, ja, wird das, wird das in Deutschland, also in der Schweiz haben sie ja mal gesagt, äh, das soll irgendwie so 1200 Franken werden, oder 1400 Franken, also wer, wer, wer daran glaubt, dass es in Deutschland mal so hoch sein wird, das Grundeinkommen, also wer ans Grundeinkommen glaubt, und ich denke mal, dass es auf jeden Fall eine Option ist, die seriös und ernsthaft, äh, in der Schublade liegt, also, bereits Gesetze und Würfe gemacht worden sind, ja, weil die sind ja, so doof sind die auch nicht in der Politik, ja, dass es eventuell mal kommen könnte, dass man das umsetzen muss, einfach, ob man es will oder nicht, man muss es einfach umsetzen, weil, einfach über die Digitalisierung, et cetera, einfach zu viele Arbeitsplätze wegfallen, et cetera, et cetera, da habe ich schon viele Videos gemacht drüber, ähm, ja, dieses Grundeinkommen, was wir dann hier genießen dürfen, das wird also wesentlich tiefer sein wie 1000 Euro, ähm, ich wüsste gar nicht, woher die das finanzieren wollen, warum, weil wir in Deutschland ja schon alles finanzieren, ja, also, würden wir quasi unsere kompletten Geld, äh, also unsere kompletten Subventionen einstellen, die wir in die Welt hinaus, äh, exportieren, in, äh, UNESCO, in, äh, Israel, in, was weiß ich, überall hin, ja, äh, äh, keine Ahnung, nach Osteuropa, nach Südeuropa, ja, also, wenn wir diese ganzen Transferzahlungen mal einstellen würden, oder reduzieren würden, dann könnten wir hier Grundeinkommen haben in Deutschland oder in Bayern von 5000 Euro im Monat, ja, einfach so, ne, aber das wird nicht passieren, und von daher, äh, wird's ein hartes Rennen werden, und, äh, man darf also diese drei Faktoren eben nie vergessen, ne, also Kopf, ja, was bringt mich, wenn du im Krankenhaus liegst, ja, und hast halt 5 Millionen zusammen und bist halt dann im Krankenhaus, ne, auch ein bisschen scheiße, ja, Körper, ne, also sich gesund fit halten, nicht so diese Konsumfallen hier drauf gehen, ja, Konsumfallen, oh, also fette Werbung halt schauen, ne, so wie ich halt auch, ähm, und dann so zum halben Preis, äh, gleich ein paar Ginflaschen einkaufen, aber ich werde's nicht alle auf einmal trinken, ja, und, äh, also Körper, äh, einigermaßen gesund ernähren, ein bisschen drauf achten, was du da in dich reinkippst, ja, das bringt ja gar nichts, also ich kenne Leute, jetzt auch wieder ein Beispiel ganz konkret genannt, aber es gibt mehrere Leute, die verdienen super und, und, und schmeißen da Sachen in seinen, in ihren Körper rein, also da wäre ich echt, äh, und zwar regelmäßig, ja, also wirklich, äh, low budget food, ja, also essen, äh, wo du schon weißt, äh, wenn du das halt regelmäßig lange Zeit isst, dass du halt kranker von wirst, ja, ja, okay, auch mal vielleicht einen Fastentag einlegen in der Woche, ja, auch mal zwei Tage mal keinen Kaffee trinken, ja, jetzt wieder die ganze Kaffeeindustrie findet das wieder natürlich nicht gut, ja, aber darum geht's ja jetzt in dem Video auch nicht, ja, ähm, ich tue mir da auch sehr hart, ja, ich bin da auch so ein kleiner Suchtel, auf jeden Fall, ja, und Seele natürlich, na, also nie vergessen, Familie, Liebe, ja, Partnerschaft und so weiter, da muss ich auch fett noch dran arbeiten, also, das habe ich auch völlig unter den Tisch fallen lassen in den letzten Jahren, aber, hey Mann, du kannst nur, ähm, ich habe mein Vermögen quasi irgendwie verzehnfacht, also allein in den letzten zwei Jahren oder so, aber, ähm, ich hab, ja, ich hab's auch nötig gehabt, ja, aber, hey, ähm, schwierig, natürlich immer diese drei Dinge, ja, da muss ich halt auch wieder an meine eigene Nase packen, ne, also das ist immer, ich bin ja nicht, äh, ich bin hier kein Guru, ja, also der, der schon irgendwie so durch die Gegend schwebt, ja, und geile Tipps rausgibt oder sowas, ja, da immer sehr vorsichtig sein, ne, diese, äh, diese tollen Hechte da draußen, die dann auch gleich irgendwas Schönes verkaufen wollen oder, naja, also, das hat es mir gewesen, wenn Sie das Video, dann bis zum nächsten Video, da heißt es wieder Mission Millionär, ja, und zwar in jeder Hinsicht, ne, also, da geht es nicht nur um Geld, ja, Mission Millionär geht es auch um andere Dinge, Körper, Geist und Seele, ja, abonnier meinen Kanal, Daumen hoch, tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.